Genau, ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Wenn ihr mich nicht hören könnt, könnt ihr auch weiter vorkommen, das ist kein Problem. Heute gibt es einen historischen Moment zu verkünden und ihr könnt natürlich alle leicht dabei sein, seid ihr ja auch sehr schön. Ich habe eine kleine Redetrube rein, die ist topfrisch aus dem Tonal raus, deswegen muss ich sie leider ablesen. Wir wollen heute hier den Gießener Kunstpreis verleihen. Es gab ihn noch nicht, ab jetzt wird es ihn alle zwei Jahre geben. Wir danken uns selber dafür und auch, das werdet ihr gleich noch erfahren, dass es ihn gibt. Gut, ich fange an. Das ist doch von oben gar nicht gewollt, beziehungsweise das ist doch oben von gar nicht gewollt. Mit diesem Motto sind wir in die diesjährige Planung eingestiegen. Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass es für ein gesellschaftliches Wir in besonderem Maße offene, bunte und engagierte Individuen braucht. Es gibt kaum eine menschliche Idee, die dieses Wechselspiel von Wir und Ich so mannigfaltig und frei abbildet, hinterfragt und lebt, wie die Kunst, wie die Kreativität der Individuen auf diesem Planeten. Deswegen ist Kunst und alle ihre kulturellen Verstrickungen so wichtig für unsere Zeit, also für unsere Gegenwart, Finger nach oben. Wir als Gienale Team konnten uns also glücklich schätzen, dass uns über den Open Call eine Bewerbung erreichte, die nicht nur die Kunst feiert, sondern auch den schaffenden und kreativen Menschen dahinter. Es ging aber nicht nur um das Feiern der Kunst, sondern es ging in besonderem Maße darum, in welchem System der Mensch lebt, in welchem System die Kunst gemacht wird und stattfindet. Dieser Preis ist eine Erfindung einer Künstlerin, die sich den Preis selber verleihen und selber übergeben wird. Dieser Preis ist eine Ansage an unsere Gesellschaft, es ist eine Ansage an das bunte Leben und das engagierte Ich. Es ist eine Ansage an das schaffende Individuum. Dieser Preis ehrt eine Künstlerin aufgrund ihres individuellen und herausragenden Kampfes für die Kunst mit sich selbst oder selber und der Welt. Der Preis ehrt den Kampf einer jeden Künstlerin für das gesellschaftliche Hervortreten des freien Individuums und gegen die Widerstände von gesellschaftlichen als gesetz geltenden Vorstellungen. Dieser Preis ehrt das Leben und die unterschiedlichsten Lebensentwürfe, die bei KünstlerInnen in einem besonderen Maße hervortreten und ausgehalten werden müssen. Dieser Preis beschwört die Kunst als groß angelegten Lebensentwurf, der auf die wichtigen Dinge ausgerichtet ist. Dieser Preis huldigt einzig der Kreativität, dem künstlerischen Hedonismus und Schaffenstrang, dem Willen, Neues zu wagen und Etabliertes zu hinterfragen. Dieser Preis verneint in diesem Sinne gleichzeitig die Idealisierung von und die Anpassung an den sinnentleerten Reichtum als Markenkern unserer Gegenwart. Die Kunst beschwört die Reduktion auf das, was uns Menschen, so unterschiedlich und gleich wie auch sein mögen, ausmachen sollte. Die Freiheit und die Kreativität. Dieser Preis ist von unten gekommen. Dieser Preis ist für immer gewollt. Dieser Preis wird auf Augenhöhe vergeben. Wenn ihr euch nun bitte erheben möchtet. It's not about Butchak Kunukman. It's all about Butchak Kunukman. Butchak Kunukman. Applaus an dennoch. Stopp, stopp. Ich muss noch was sagen. Geht gleich los. Also danke an den Makerspace auch, der es geprintet hat. Danke an Luca Hoffmann, dass du es 3D modelliert hast. Butchak Kunukman hat ein Showcase im Prototyp. Das könnt ihr euch über die Woche anschauen. Und morgen gibt es die Partizipatory City Tour ab der Altkupferschmiede um 17 Uhr mit Butchak Kunukman über sein Gießen. Merhaba, iyi akşamlar. Now I take over. I like to introduce myself. Sei Gerte Damen und Herren und alle das Wischen. Benim adım Burçak. Güzel kokarum. I taste good. I smell good. I was chosen as the most funny person who can sit and lay in the couch and not doing anything special. Out of them's sofa system is mine kunstilische Leidenschaft. Once upon a time, I met my wife on the couch in one of the WG in Hildesheim. Cool. Also warum denkst du, dass du den Preis bekommen solltest? I taste good. I smell good. I'm professional romantic couch artist. And I'm a very romantic part of growing brain drain from Turkey. With me, you will be happy ever after. Ich bin eine viel viel sprachende investisiyon. Ah, sorry. Nimm mich. Nimm mich. Candidate Burçak. And follow me and my coach career in Germany. And enjoy Popping privately My pimples on the couch. Das ist ein guter Grund. Und was sagst du, wenn du den Preis zum ersten Mal bekommst? Das ist ein guter Grund. G aspiration. Wow. Beautiful eyes. Wow. 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 Und bitteschön, wir haben ein bisschen Sekt hier, aber nicht für alle. Okay, I prepared the text. And my German is not so good, I think, for writing. I always fail with the exams. So, it's mainly in English. It's also not so good, but it's one of the language I use in Gießen. I have a dream. I imagined an award ceremony with you people, publicum, in Guillen-Ale. And I will receive an award called Gießen Kunst Prize. With Guillen-Ale cooperation, it means we start a new stipendium award program for the artist who lives and works in Gießen. I am the founder of the idea and award and jury here decided to accept my project. And now I'm here in front of you, making my speech. This award is a symbol. Yes, we need more awards, more stipendium, more solidarity. We are artists. We are not like athletes who cannot win gold medal. We express our ideas in some sort of aesthetic forms. I started my art career as a volunteer for the Sinop International Biennale and it was 2006. And I was so lucky that I was assisting other artists and I was learning what contemporary actual art from other artists. In the second edition of Sinopale, I was invited as local artist because my father is coming from that city. And I also see myself as a Sinopian, but I was born in Ankara. And I also now, I see myself as a Gießen, because I live here. Lost. I feel lost in last years. So many times. People who are around me, who knows me, they know how I felt. And actually, maybe you met me in last years in parties or in Knipe's like Pinte, that I was so drunk and high and lost. And sometimes after parties, even there is no friend can bring me home. But in Tagesschau, what I see, what I learned. Lost. Adjective. Das englische Wort, lost, wird heutzutage in der deutschen Jugendsprache in verschiedenen Situationen genützt. And I asked myself, who is not lost in these times? Then I activate myself. I survive in pandemic first years with rock and roll. I did a tour with my band, Sekerduklar, Süße Malberin, to the friends, like a camping, hang around. It was our kind of first DIY tour. And we hope to make some money in the streets. But we only earn 50 cents in Friedberg in Germany. But in the end of the tour, we were invited from a commune. And it was really nice, utopic times. And I felt like Rolling Stones, really. I was not alone. I was with my band. I think they are both not here, Benny and David. Then last year, we did another tour to Turkey with another crew. And our synthesizer guy, Bertram, he couldn't come from the flight because he lost his pocket money with passport and they have to deport him back to Germany. Yeah, I talked too much already, but last part of the talk. Things can be lost. I have also lost passports, identity cards, geld burses, handys so many times in my life. But tonight, I win. And you win. We win each other. We win each other's love. Love can win even hate. Love can be the one for always. One. Love can be everything. What I have earned from doing art, doing things by heart always brings nice, good things. I promise I will take care of this love and with my performances in Gienale, maybe you can imagine thinking again about self. Love, self-love, self-care, as behavior, you support yourself. It means you support your community. If you are not good to yourself, it means you are not healthy to yourself. You can't help others. So if you want to support your community and society, you need to support yourself. All love and everything just there with you in self. Integration with couch artist. Couch artist plays erotic dish tennis. Okay, one thing to clear. I didn't get this award not only for my sexy chicken legs, but as I started couch artist career in Gießen, I activated myself as performer, musician, visual artist and podcaster. And actually an active artist working internationally for last 15 years. I have another surprise for you that I received received from the Annie Sprinkle approved award for my sexual service to the community. You can see the award as part of my installation at Prototip. Thank you. Teşekkürler. All right, all right, all right. This question I hear long time. Burçak doesn't know what he does. He has no concept. His art is meaningless. My approach is about self. I'm working long years in self-referential site specific interventions. Most of the time in public spaces. I bring situation in situation and work with it. Like now, it's a situation. I had a short time persona Burçak von Leipzig punk icon, but it's also me. For me, I don't play a role. I perform self. And I got a lot to share, a lot to show, a lot to play. And am I anarchist or am I selfish or am I egoist? No, I'm not a narcissist. And hey, I know here some faces maybe. I know their stories in Instagram. Everybody posting in social media like crazy. Think about it. So it's post-pandemic times. I don't know what's going on. So I'm a storyteller. I am the protagonist of this self. Without my activities, artistic activities, I can't tell the stories. And I think not only for me, but with you audience having great time. It's fun. Thank you. And now only one song I want to play. And please audience you can join. You can sing. You can cheer. You can make some noise. Having great time. Yeah, just fun. You can sing. You can sing. You can sing. Das war's für heute. 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 Alright, thank you. And tomorrow I will be a part of the tour, starting from Alte Kuppe Schmelde. And just looking around, walking around and thank you for Giannale, Hagen, Mal, Ale, Marco, all the people. It's a nice festival with the artists here. And please check the program and enjoy your Geniestein Festival site. Yes. Yes. And I'm out. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.